Eine... ...kleine... ...Miki Maus. Schaut doch mal groß aus. Ich wusste es, dass ich mich beinahe entdeckte. Ich wusste es, dass ich mich beinahe entdeckte. Loh, 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 Loh. Dann haben wir das hier fertig. Jetzt habe ich einem auch schon Platz und zurück. Wir werden dem die Kofанд Arenen durchgeführt. Heil... ... zusammen Kindoon! Wir nehmen es便h. Interessant. Hier ist das auch so gut wie leer, das ist gut. Da, leer. Deswegen ist Obama, aber oh Gott. Sie nennen sich noch was weiß ich wie, will ich aber ehrlich gesagt auch nicht wissen wie sie sich nennen. Ach, da fällt mir rein. Da hab ich es noch geflätzt. Ja. 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 Das ist doch vor allem. Halt und los. Halt und los. Halt und los. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Okay System verlassen Cool Ich wusste gleich, dass man sowas noch kriegt Ah, zu wenig Speicher, interessant, okay Hier muss man kurz was machen, dauert nicht lang Blablabla 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 Verdammt, die sind weg Warte nochmal Geht nicht, verdammt Scheiße Naja, Pech Muss eben später kommen So, dann werden wir jetzt weitermachen Oh So So Eine Drehung Warte Das Hauptjahr nicht nur patrouillieren ist echt langweilig Aber manche Sachen sind hier schon wieder interessant, muss man sagen. Es gibt Vor- und Nachteile, Behalte. Dann bin ich auch gleich schon wieder bei denen. Da noch eine Sache und dann bin ich eigentlich mit der Quest wieder fertig. Ich hoffe, diesmal gibt es nicht schon wieder irgendwas mit Patrouillieren. Sonst kriege ich bald eine Macke mit Patrouillieren. Also ich kriege ja jetzt schon eine Macke mit Patrouillieren. Hm, faszinierend. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020